Ah, es geht los. So, was haben wir denn hier? Jede Menge Punkte irgendwie. Soll ich das mal versuchen? Ich soll innerhalb von 90 Sekunden irgendwie... Was war das? Ah, da ist auch was Neues. Guck mal, hier ganz viel XP, da muss ich auch mal gucken. Kameras zerstören, innerhalb von 90 Sekunden oder Geschütz-Dürmer. Gucken, ob mir das gelingt. Hat das Wochenende bei Battlefield, weiß ich nicht. Ich habe das seit dem Start der Beta irgendwann nicht mehr gespielt. Ist das mittlerweile spielbar? Ich glaube, das ist auch eh im Battle Pass drin, ne? Dann ist das dann auch kostenlos. Ich weiß nicht, ob du den hast. Ich weiß hier immer noch nicht, wo es wirklich gut ist, da runter zu gehen. Also wenn ich jetzt sofort rasiert werde und ich jetzt hier ins Hardcore-Gebiet fliege, dann mache ich Ranked aus. Ich weiß nicht, ob ich heute keinen Lärzte. Dann wird Unranked gespielt. Oh, ne Pizza. Oh, es gibt ja da nen Besen. Hallo. Ah. Komm, Pizza. Erstmal Pizza. Erstmal Pizza rein. Aber ich hätte auch gerne anständige Waffe. Da oben kloppen sie so. Was ist das? Alternative Raketenwerfer oder wie? Oh, wen haben wir da? Okay. Da ist noch eine Kiste. So, und dann muss ich mich auf die Suche begeben. Nur noch neun Schuss, das ist nicht schön. Nach einer Kamera. Ich hoffe, die 90 Sekunden sind noch nicht. Oh, 15 Sekunden. Oh, oh, oh. Ich bin schon so lange hier. Oh, das war zu hoch, glaube ich. Wo ist eine Kamera? Immer keine Kamera, wenn man sie braucht. Ja, wird auch verkackt. Super. Pizza. Die Dinger braucht eh keinen Mensch, oder? Ich habe keine Munition. Ja, ist ja gut. Was ist das? Halt das? Was ist das für komisches Zeugs? Wenn was gut democrats ist. Bessens schmeißen die immer Munition ab. Das ist nett. So, es kann sich nur um Stunden handeln. Das nehme ich auf, oder? Ich bin voll, das ist entspannt. Da ist ein Ausrufezeichen, da lohnt es. Wollen wir das haben? Soll ich mal gucken, ob ich in den Teller komme? Na, warum geht das nicht? Boah, das mag ich ja eigentlich auch gerne, das Ding. Da schmeiße ich ihn dafür weg. So ne brauche ich kein Mensch. Komm mal, da ist eine Kamera. Hier zu spät. Ich bin schon direkt hier am Tresor, aber ist irgendwie noch kein, hat noch keine Karte. Kann man das irgendwie deaktivieren? Was ist denn da? Oh, da ist einer von uns. Ist das der Sniper? Ja, ne? Ich schätze mal hier, wenn ich die da so reinhalte. Ist doch hoffentlich Schluss mit Lustig, oder? Ne. Oh Mann, macht mir mal ein schönes Zulat kaputt. So. Da ist noch eine Kamera. Ähm, was schmeiße ich denn jetzt weg? Erstmal das. So. Und dann wird er jetzt hier durch das Ding durchhoppeln. Hier habe ich super gemacht. So, wer ist kein gutes Lot da? Ich muss mich beeilen. Erster Angriff. Oh, das ist geil. Aber die Zone kommt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. kann gar nicht richtig loten und das noch unternehme ich das hier mit jetzt abflucht kommt der nächste ich bin doch hier irgendwie anders reingekommen da lasse mich durch gut dass ich das fässchen am start dann muss ich gucken wo hier der da ist der jumppad ich glaube ich mache erst mal den hier soll dass ich mein sprung ding natürlich vergessen habt klar das habe ich natürlich irgendwo liegen lassen da ist aber direkt das nächste da warten wir dann auf den nächsten den kann ich mitnehmen ja wieso nicht der pistole soll man die mitnehmen nehmen wir mit und rekrutieren würde ich sie gerne einmal pizza für alle das brauche ich nicht mitnehmen das soft pack der besen ist so ähnlich glaube ich aber will ich nicht oder doch wir brauchen kein besen wir kommen auch so klar da ist aber einer hallo aber man lässt wieder naja soll nicht mehr raketen kann raketen können wir brauchen da weiß ich da hinten ist das das nächste jumppad ach guck mal da ist einer wo ist er denn der typ bin ich blöd na dann machen wir das anders einmal mit der groben kille haben die bots mir ernsthaft den den kill geklaut kann das sein aber guck mal da ist lohnt sich das ja das machen wir doch wenn wir doch hier gerade sind und schnell wieder zurück was habe ich dafür mitgehabt das da ne legendäres doppelsturm das ist doch eigentlich besser ja ja so bin ich eigentlich zufrieden würde ich sagen ne da gehen wir nicht rein wenn ich eigentlich auch mitnehmen schlurfsache egal über angebot von loot alles schön nachladen normalerweise steht da immer achte ja wie komme ich da hin wie kommt man da unfallfrei hoch jetzt ist draußen das ist nett ne brauche ich nicht obwohl ja einfach das dicke fest wozu haben wir das cyberpunk ist drin sehr gut hier ist irgendwo eine kiste oder ist die auch da oben drauf und ich habe sie nicht hier so zone kommt da kann man noch was kaufen ich habe doch schlüssel was haben wir denn schrutt ab zur nächsten zone wo gehen wir hin hier ist doch schön was willst du dankeschön hier 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 ja das ding dick größer ist immer schöner kommt das wird jetzt auch noch abgegeben geht das nicht der schmeißt immer munition abzündet so und nur nach die zone geht noch ein stückchen das kommt danach erst dahin wir haben immer noch einen schritt nach vorne gehen so das muss reichen oder soll ich da hochgehen gehen wir da hoch da schießt wer wo schießt wer hier lärm aber ich sehe nichts ja muss ein harter kampf sein also ich sehe nichts also ich sehe nichts da was er immer mit seiner munition hat da läuft wer da läuft wer da läuft wer Versteck dich nicht. Ein blindes Huhn hat auch mal einen Aim. Und schon wieder einer umgefallen. Was ist denn los? Irgendwas kaputt. Nur noch drei. Das sieht wohl nach dem Bot aus. Ja, du hast Munition. Du bist toll. Also, da prügeln sich welche. Am besten ist dann danach nur noch einer über. Ich mach mal frei hier. Wie wäre das denn? Ich hab doch genug. Freie Sicht für Grönland. Das hat nichts gebracht, super. Immer noch drei. Das hilft nichts. Oh, er hat sogar Raketenzeugs. Also, jetzt wäre ich fast traurig. Wenn ich die Runde nicht gewinne. Aber dritter Platz ist auch schon gut. Oh, da kommt's ja. Oh, da ist es aber... Ja, ja, hast du so gedacht. Aber ist eigentlich eine gute Position, die du da hast, Freund. Nur noch einer. Nur noch der da oben. Oh, nein. Schildsport, mach ihn alle. Die Position ist halt scheiße. Aber eigentlich muss er runterkommen. Du bist ein nervig, Typ. Nicht das Ding kaputschießen. Er kommt geflogen. Wo kommt er geflogen? Oh, Mann. Zweiter Platz. Oh, klar, sie. Ich hab grad von dir geredet. Zweiter Platz. Hier, ich. Und auch noch Ranked. Ich will dich ja nicht drängen, aber hast du vielleicht Schluss? So, dazustoßenderweise quasi. Ich hätte nix dagegen. Hat immer noch nicht gereicht für irgendwas Besseres. Ich geh mal in die Lok. Was sagt die Uhr? Lucy hat eigentlich gesagt, so viertel vor zwölf oder so. Gucken, ob er verfrucht, ob's kommt oder nicht. Ihr könnt euch 20, also vier Level hab ich gemacht. Bin ich gut.